In Boca Chica spielt sich gerade ein Krimi ab. Und zwar geht es um die Erweiterung der Werkstraße sowie den Ausbau des Start- und Testgeländes. SpaceX möchte ihren Fußabdruck vergrößern, aber jemand scheint ihnen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. Wortwörtlich. Aber dazu kommen wir später im Detail. Vorher möchte ich darüber reden, was wir vom dritten Starship-Testflug erwarten können. Dafür brauchen wir uns nur diese Aufnahmen genau anzusehen und es wird schnell klar, dass der dritte vollintegrierte Starship-Testflug ganz anders aussehen wird. Zumindest wird das Ergebnis ein viel besserer sein. Ein Grund dafür ist die Seriennummer der Raptoren, die zum Einsatz kommen. Während bei EFT-1 ganz grob gesagt Raptoren mit den Seriennummern zwischen 25 und 115 zum Einsatz gekommen sind, waren es bei EFT-2 schon die Seriennummern bis etwa 200. Da hat sich schon gezeigt, dass kein einziges Triebwerk mehr ausgefallen ist. Aber jetzt kommen wir zu den Zahlen jenseits von 230. Dabei waren ja nicht einmal die Triebwerker schuld daran, dass das Schiff beim zweiten Flug keinen Orbit erreicht hat. Laut Elon hätte man einen Orbit erreicht, wenn sie eine Nutzlast an Bord gehabt hätten. Da das Schiff so leicht war, hat es am Ende der Zündung noch so viel flüssigen Sauerstoff in den Tanks gehabt, dass dieser abgelassen werden musste. Das führte zu einem Brand, was wiederum zur Explosion des Schiffes führte. Bevor wir jetzt noch weitermachen, muss ich einen Fehler aus meiner Hot-Staging-Analyse ausbessern, da wir jetzt die Bestätigung der Generaldirektorin von Starbase, Katie Luders, dazu haben. Sowohl das Schiff als auch der Booster wurden gesprengt. Das hat sie in einer Pressekonferenz einige Wochen nach dem EFG II durchsickern lassen. Zudem wurden Pläne bekannt, dass in Zukunft sowohl das Starship Super Heavy System selbst, als auch Starbase massiv wachsen sollen. Wobei man noch ganz klar dazu sagen muss, dass das weder ein Geheimnis noch besonders überraschend war. Womit nur keine gerechnete ist, dass es so bald passiert. Noch unerwarteter war aber der Krimi, der sich aus dieser Starbase-Erweiterung heraus entwickelt hat. Bleibt dran, wir kommen gleich dazu. Herzlich Willkommen zum EFT-III-Vorspiel. Aber bitte lass die Hosen noch an, es ist noch nicht ganz soweit. Vorher müssen noch einige Dinge passieren und wir schauen uns jetzt an, was. Neben Static Fires, die teilweise schon passiert sind, gibt es da auch noch einige andere Dinge. Und wenn wir schon dabei sind, werfen wir gleich einen genaueren Blick nach Boca Chica bzw. Starbase, wo sich unheimlich viel tut. Standardmäßig fangen wir bei der Messies-Anlage an, die sich mehr und mehr zu einem Testgelände entwickelt. Inzwischen hat auch Katie Luders, die Starbase-Generaldirektorin, bestätigt, dass SpaceX in Zukunft so viele Testaktivitäten wie nur möglich dorthin verlegen will, um die dafür notwendigen Sperren des Highway 4 und des Boca Chica-Strandes zu minimieren. Wie auf diesen Aufnahmen von RGB Aerial Photography zu sehen ist, hat SpaceX auch hier bereits mit der Errichtung von permanenten Gebäuden begonnen. Im Moment werden hier nur Cryo-Tests durchgeführt, also keine Static Fires. Aber diese beiden neuen Fundamente lassen die Spekulation zu, dass SpaceX in Zukunft auch diese hierher verlegen könnte. Glaubst du, ist da was dran an der Spekulation? Ich denke, dass das nicht besonders viel Sinn ergibt, weil die Triebwerke zu Genüge in McGregor getestet werden, bevor sie nach Starbase gebracht werden. Und dann müssen sie noch mindestens einmal am Booster bzw. Schiff hängend gefeuert werden. Dafür müsste SpaceX die gesamte Infrastruktur für Methan und Sauerstoff hier errichten. Diese Infrastruktur besteht bereits in doppelter Ausführung drüben neben dem Strand. Früher war das eigentlich das Testgelände. Aber in Zukunft ist das für mich entweder der Hafen oder das Startgelände. Dort gibt es die Suborbitale und die Orbitale Tankfarm. Letztere wird gerade massiv vergrößert und umgebaut. Und Teile der Suborbitalen Tankfarm wurden demontiert und zumeist in Anlage gebracht. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits hat SpaceX einige Fehler gemacht, die nun ausgebessert werden müssen. Und andererseits brauchen sie in Zukunft größere Kapazitäten. Wie hier auf den Aufnahmen von Starship Gazer zu erkennen ist, werden jetzt diese Tanks zumindest teilweise entfernt und verschrottet. Die verbleibenden Tanks werden von den Dellen befreit und erhalten zusätzliche Stränge und Spanten zur Verstärkung. Ob und wie viele davon stehen bleiben, ist nicht bekannt, aber das wird sich wohl in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Schau dir mal an, wie geschickt dieser Baggerfahrer diesen Ring zusammenlegt. Der Fehler, den sie gemacht haben, ist, dass sie ursprünglich wollten, dass alle Verbrauchsgüter, also das Methan, der Sauer und Stickstoff, aber auch das Wasser in diesen vertikalen Tanks gelagert werden. Der Vorteil hierbei wäre gewesen, dass diese Tanks baugleich zu den Starship Tanksektionen sind und sie von SpaceX selbst hergestellt werden können. Aber der texanische Bundesstaat lässt die Lagerung von vor allem Methan in vertikalen Tanks nicht zu. Und die Texaner verstehen was von solchen Dingen. Das stellt einfach ein enormes Sicherheitsrisiko dar. Zumindest die Methanlagerung. Die beiden EFTs haben deutlich gezeigt, dass die Tanks dort einfach nicht gut stehen und jedes Mal einiges abbekommen. Nun werden laufend solche weißen Lagertanks von der Stange geliefert. Davon stehen schon unzählige in verschiedenen Größen in der Tankfarm herum und sie werden ständig mehr. Die Schutzwand zwischen Starttisch und Tankfarm wird auch erweitert, um die neuen Tanks zu schützen. Hier aus der Luft oder auf den Aufnahmen bei den EFTs sehen diese Tanks fast klein aus. Aber wenn man sich diese Aufnahmen hier von NASA Spaceflight ansieht, dann bekommt man erst ein Gefühl dafür, wie groß sie eigentlich sind. Hier werden neun Tanks dieser Größe stehen. Ich bin mir aber nicht einmal sicher, ob das ausreicht, um den zweiten Turm auch zu versorgen oder ob für den zweiten Turm eine neue Tankfarm errichtet wird. Zum zweiten Turm kommen wir auch gleich. Ein großes Problem, das SpaceX im Moment noch hat, ist, dass der Army Corps of Engineers einer Vergrößerung des Fußabdrucks in Starbase nicht zugestimmt hat. Und auf diesen Aufnahmen ist gut zu sehen, dass nicht mehr besonders viel Platz ist. Es muss aber genug Platz bleiben, damit die Schiffe und Booster herumgeschaffelt werden können. Vielleicht bauen sie den ja anstatt der suborbitalen Teststände. Was glaubst du? Auf ein Posting von Markus Haus schrieb Elon, die nächste Stufe des Starship-Programms sollte die zwei Türme genannt werden. Für alle, die den Verweis nicht verstehen, das ist eine Anlehnung an den zweiten Teil der Herr-der-Ringe-Saga. Auch Katie Luders hat auf der Post-Launch-Pressekonferenz bestätigt, dass sie sich bald an die Arbeit machen werden, einen zweiten Turm da hinzustellen. Denn nur ein zweiter Turm lässt sinnvolle Versuche zu, den Booster später mal tatsächlich aus der Luft zu fangen. Denn sollte der Booster in den Turm krachen und ihn beschädigen, könnte das das gesamte Programm um ein Jahr oder sogar mehr zurückwerfen. Weitere Beweise für den zweiten Turm sind bereits in Starbase und im Hafen von Brownsville gesichtet worden. Dazu zählen diese Stahlelemente, aus denen Turmsegmente entstehen werden. Aber auch dieses am Cape fertig gebauter Segment, das per Frachtkahn mit einigen Tanks nach Boca Chica gebracht wurde. Indiziert, dass bald ein zweiter Turm errichtet wird. Also kein Zweifel mehr, dass da bald ein zweiter Turm gebaut wird. Aber damit du mir wirklich glaubst, zeige ich dir noch die neueste Version der SpaceX Starship-Animation, auf der mein forensisch geschulter Blick eindeutig einen zweiten Turm ausmacht. Aber wenn du willst, können wir gerne darüber in der Kommentarsektion diskutieren. Ein bisschen Spaß muss sein. Wenn du Spaß am Spaß hast und Mars Chroniken unterstützen willst, damit ich das auch weiterhin machen kann, dann freue ich mich, wenn du Kanalmitglied oder Patron wirst. Auch ein super Thanks hilft sehr. Alle Infos dazu, wie du den Kanal noch supporten kannst, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Ein Like und Abo sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Vielen Dank. Elon und alle verfügbaren Indizien deuten stark auf einen EFT im Februar hin. Die Flug-Hardware sollte da fertig sein und man rechnet mit der FAA-Fluglizenz im Februar. Wir erinnern uns, dass die Lizenz immer erneuert werden muss, wenn bei einem Flug etwas schief geht. Es könnte natürlich auch März werden. Also nagel mich da nicht fest bitte. Oberstes Ziel beim dritten EFT wird es sein, einen stabilen Orbit zu erreichen, auch wenn der Flug keinen vollen Orbit absolvieren wird. Während der Coasting-Phase wird wahrscheinlich noch ein anderer essentieller Test durchgeführt. Sie werden nämlich versuchen, Treibstoff von einem Header Tank in einen der Haupttanks zu pumpen. Auch wenn es nach einer Kleinigkeit klingt, ist es das nicht. Denn Treibstofftransfer im Orbit ist ein kritisches Element des Artemis-Programms. So möchte man sich langsam herantasten. Für die Artemis-Missionen, wo das Human Landing System, oder kurz HLS, zum Einsatz kommt, wird SpaceX ein Treibstoffdepot im Orbit parken und diesen dann mit rund einem Dutzend weiterer Flüge mit Tanker-Starships befüllen. Dann startet das HLS und holt sich diesen zuvor deponierten Treibstoff aus dem Leo und startet Richtung Mond. Bevor wir jetzt zum versprochenen Krimi kommen, werfen wir einen blitzartigen Blick auf die Static-Fires und was noch geschehen muss vor dem nächsten Flug. Das machen wir im Schnelldurchlauf. Die folgenden Events sind nicht unbedingt chronologisch geordnet. S28 hat bereits ein Static-Fire mit allen seinen sechs Treibacken durchgeführt. Das scheint gut verlaufen zu sein. Dieser Prototyp, der als nächster auf der Abschussrampe stehen wird, hat noch einmal einen Feuertest durchlaufen, bei dem nur einer der Vakuumreptoren gezündet wurde. Dieser Test simulierte eine Zündung im Orbit. Auch Booster 10 hat bereits ein ordentliches Static-Fire mit all seinen 33 Triebwerken hinter sich. Es dauerte etwa zehn Sekunden. Schau dir mal diese Schockwellen an. Im Moment ist B10 wieder in der Werkstraße und bekommt seinen letzten Schliff. Und noch ein ganz schneller, aber wichtiger Blick auf die Infrastruktur, dann gehen wir den Krimi an. Beim Startgelände wird gerade die alte Containerwand, die bei den ersten beiden EFTs beschädigt worden war, abgerissen und mit einer permanenten Struktur ersetzt. Auch die suborbitale Tankfarm wurde mit einer Wand eingezäumt. Dazu hat SpaceX dieses Logo und den Schriftzug Gateway to Mars angebracht. Also das Portal zum Mars. Was es auch sein wird, wenn die Zeit reif ist. In der Werkstraße bekommt die zweite Highway eine noch höhere Glasreihe als die erste Highway. Zudem werden die Highbays jetzt mit Türen versehen. Das bietet Schutz vor neugierigen Blicken, aber vor allem bietet es Schutz vor Wind und Wetter. Was wünschenswert ist, wenn man da drinnen arbeitet. Die drei Zwiebelzelte sind abgerissen und an ihrer Stadt entsteht bzw. wächst die Star Factory, die zur Straße hin in zwei Stufen höher wird, da dort die Nasenspitzen gebaut werden. Laut Katie Luders wird das Gebäude knappe 93.000 Quadratmeter haben. Eine Sache, die ich lustig finde, ist dieses Grundstück hier, das SpaceX nicht erwerben kann. Genaueres dazu in einem Moment. Was aber jederzeit spürbar ist, wenn man sich Aufnahmen von Starbase ansieht, ist das Dringlichkeitsgefühl. Ständig wird mit Hochdruck gearbeitet. Sogar in der Nacht. Auch sehr interessant ist, dass Elon bei seiner Ansprache vor den Starbase Mitarbeitern bereits die nächsten Schritte angekündigt hat. Und zwar soll nicht nur das Starbase wachsen, sondern auch das Starship Super Heavy System. Sukzessive könnte das Gesamtsystem bis zur dritten Version etwa 150 Meter hoch werden. Dazu muss natürlich auch der Startturm wachsen. Bis dahin stehen noch einige Prototypen der aktuellen Version, also V1 in den Startlöchern. Wenn diese ausgedient haben, dann werden wir wohl zunächst verbesserte und verlässlichere Schiffe und wahrscheinlich auch Booster sehen. Von den sogenannten V1 Modellen stehen noch vier Stück bereit. Danach kommen schon die V2 Schiffe. Was V2 ausmacht, ist in erster Linie ihre Nutzlastkapazität von 200 Tonnen bei voller Wiederverwendbarkeit. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden erst die V3 Systeme größer werden. In Starbase gibt es aktuell nichts für Besucher. Aber SpaceX wird bald mit dem Bau eines Parkhauses, eines Einkaufszentrums und eines Restaurants beginnen. Damit wird Starbase mehr und mehr zu einer eigenständigen Stadt. Und es wird auch für die 2100 Vollzeit-Mitarbeiter alles einfacher werden. In McGregor übrigens arbeiten 600 Mitarbeiter an den SpaceX-Triebwerken. Und jetzt, meine Lieben, entwirren wir das Drama um die Starbase-Erweiterung. Mitte Januar wurde bekannt, dass SpaceX beabsichtigte 193 Hektar Land, also knapp zwei Quadratkilometer neben der Highway 100, gegen etwa 17,4 Hektar an Highway 4 einzutauschen. Wir befinden uns im Boca Chica State Park, einem Juwel an der Küste von Texas, das vom Texas Parks and Wildlife Department betrieben wird. Doch hier geschieht etwas Unglaubliches. SpaceX möchte seinen Betrieb bzw. seinen Fußabdruck um die Startanlagen und bei der Werkstraße in Boca Chica erweitern. Aktuell ist ein Teil des Parks an den United States Fish and Wildlife Service oder kurz USFWS verpachtet. Das USFWS kennen wir schon aus den Umweltgutachten, die sie vor jedem Test anfertigen. SpaceX hat eine Anfrage gestellt, 43 Acres des Boca Chica State Parks gegen beeindruckende 477 Acres in der Nähe des Laguna Etascosa National Wildlife Refuge einzutauschen. Das bedeutet, dass wir nicht nur über Land sprechen, sondern über die Schaffung von Möglichkeiten für die Öffentlichkeit, die Natur zu erleben und zu schützen. So steht es zumindest im Antrag. Boca Chica liegt hier im südlichsten Zipfel von Texas im Bezirk Cameron County. Diese Grafik zeigt die beiden betroffenen Nationalparks. Der eine würde zulegen, der andere kleiner werden. Diese Grafik zeigt, gelb umrandet die 193 Hektar, die SpaceX erworben hat und hergeben möchte. Und hier sehen wir eine Luftaufnahme von Starbase. Die orangen Flächen markieren den Boca Chica State Park und die Flächen, für die sich SpaceX interessiert, sind hier grün umrandet. Hier sehen wir neben der Startanlage eine durchgehende große Fläche, die keiner weiteren Erklärung bedarf. Der Platz wird notwendig sein, wenn SpaceX dieses Jahr wirklich mit der Errichtung eines zweiten Startdürmes samt Tankfahren beginnen möchte. Was aber einen genaueren Blick wert ist, sind diese dutzenden Grundstücke hier neben der Werkstraße. Wer Mars Chroniken schon länger schaut, weiß, dass SpaceX in den letzten Jahren beinahe alle Bewohner von Boca Chica ausbezahlt hat. Die Grundstücke, die dem State Park gehören, konnten sie aber scheinbar nicht erwerben. Das wird jetzt anhand dieses Flickenteppichs sichtbar. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, weshalb diese Häuser hier in der Siedlung gefühlt nach Zufall errichtet werden. Da nun alle Zwiebelzelte abgerissen wurden und mit der gigantischen Star Factory ersetzt werden, wird ein Grundstück sichtbar, das ein privater Besitzer nicht und nicht verkaufen will. Um keinen Preis der Welt, weil er oder sie SpaceX und Elon Musk nicht mag. Diese Info habe ich von Felix vom Whataboutit. Diese Person mag SpaceX und Elon Musk so wenig, dass sie nicht einmal mit Journalisten über dieses Thema reden möchte. Jetzt bauen sie die Star Factory einfach um das Grundstück herum. Wenn du mich fragst, ist das ein gewaltiger Kindergarten? Aber kommen wir zurück zum Krimi. Die Laguna et das Cosa National Wildlife Refuge wurde 1946 gegründet, um die Lebensräume für wandernde Wasservögel und bedrohte Arten zu schützen. Die Texas Parks and Wildlife Commission hatte zunächst nach sorgfältiger Prüfung und unter Einbeziehung der Gemeinschaft beschlossen, diesen Austausch zu genehmigen. Ein Schritt, der nicht nur die Schönheit der Region bewahrt, sondern auch neue Horizonte für die Bevölkerung und SpaceX eröffnet hätte. Du merkst schon, dass ich die letzten Sätze im Konjunktiv verfasst habe. Das ist deswegen, weil aus irgendeinem Grund der Antrag zurückgezogen bzw. doch abgelehnt wurde. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn man sich den Antrag online ansieht. Link dazu natürlich unten in der Beschreibung. Da scheint jemand mächtiger interveniert zu haben, womit wir wieder dabei wären, dass es etwas Persönliches ist. Mit Sicherheit kann ich es aber leider nicht sagen, woran es liegt, dass dieser Antrag zurückgezogen wurde. Auf der einen Seite steht SpaceX mit dem Gouverneur von Texas, dem US-Militär Cameron County, einem Großteil der weltweiten Space Community, ihren Kunden und vielen, vielen Start-ups im Rücken. Und auf der anderen Seite stehen die Gatekeeper des Old Space und einige Politiker, die ihre Old Space Schützlinge in Schutz nehmen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass SpaceX die Raumfahrt gerettet hat. Stattdessen wird eine dreckige politische Scharade gespielt. Wir können uns gerne in den Kommentaren über weitere mögliche Gründe für diese Blockaden unterhalten. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peras pera ad astra.